Hallo, mein Name ist Claudia Berger. Ich bin Heilpraktikerin, Trainerin, Bewusstseinsforscherin, Tanztherapeutin und vieles mehr. Und ich bin Heidi Sieber, Neurografiktrainerin, Künstlerin seit 1994 und ich verbinde Bewusstsein mit Kunst. Ich habe für Firmen auch Visionskunstwerke erstellt und Projekte für Teambuilding. Ja, ich mache sinnorientierte Führung für Führungskräfte, für Firmen, auch mit Einzel- und Gruppencoachings. Es werden Themen bearbeitet, aufgelöst, harmonisiert und neu gestaltet. Ja, und es ist ja auch eine Aufstellungsarbeit, die du dann machst. Genau. Und ich arbeite mit der Neurografik. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Man kann die Zukunft gestalten, man kann innerhalb des Teams Lösungen erarbeiten und eben auch Emotionen entladen. Und dann zusätzlich könnte auch ein Projekt sein, um die Verbundenheit in der Gemeinschaft zu fördern, dass jeder ein Kunstwerkstückchen gestaltet und das Ganze dann zusammengesetzt wird zu einem großen Bild. Bei der Aufstellungsarbeit kann man auch Gebäude mit aufstellen, sowie Produkte. Wir können uns da auch nochmal mit reindenken, welches Produkt kommt gerade gut an. Dann geht es natürlich immer um die Harmonie in der Firma, um die Einheit, um ein Ziel, an dem gearbeitet wird, mit Freude, mit Kreativität. Und die Gesundheit der Mitarbeiter liegt uns am Herzen, dass sie, indem sie eben mit ihren Emotionen arbeiten und die Themen untereinander aufgestellt werden, dass da eine Harmonie reinkommt ins Team. Und durch das kreative Gestalten zusammen ist das allein schon immer gegeben bei den Workshops. Auflösungen auch mit MIT, Meridian Energietechniken, nach Rainer Franke, werden auch Themen nochmal aufgelöst und neu transformiert. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir haben schon ein paar Programme zusammen umgesetzt und kennen uns seit 2004. Ja, und wir machen auch Meditationsarbeit, indem wir noch tiefer an unsere Themen herankommen, die uns vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst sind. Und wir freuen uns einfach darauf, mit euch zu arbeiten, individuell. Genau, also wir können unsere Leistungen zusammenstellen und sind ein Power-Paket zusammen für ihre Wünsche. Dann bis bald. Ja, wir sehen uns.